Was ist das denn hier? Ne, was ist das denn hier? Sieh mal verrückt hier, ey. Ich habe Sichtkontakt zu einem feindlichen Panzerwagen, westlich deiner aktuellen Stellung. Ich habe einen feindlichen Panzerjäger östlich von dir gesichtet. Ich habe Sichtkontakt zu einem feindlichen Panzerwagen. Nervlich deiner aktuellen Position. Ich sehe keine... Versorgungsabwurf ausgeführt. Geht hin, wenn ihr könnt. Boah! Tausend Dank! GONG! Achtung! Einsatzstil Delta wurde neutralisiert. Sicherst nicht Kontakt zu einem feindlichen Panzer! Nervlich deiner Stellung! Wir kontrollieren jetzt Einsatzstil Delta. GONG! Was ist das? Dreckskumpa 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 Rhe Rho Oh, das war mal hinein. Feilen die Scheide. Was ist das? 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 Wie ist das? Das ist das? Wie ist das? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Kann mich bitte jemand hier rausholen? Versorgungsabwurf ausgeführt. Geht hin, wenn ihr könnt. Da ist ein feindlicher Panzer. Nördlich von dir. Das bringt dich wieder auf die Beine. Anscheinend ist nördlich deiner Position ein feindlicher Panzer. Ich habe einen feindlichen Panzerjäger. Nehmt sich seine jetzt in Position gesichtet. Ich habe einen feindlichen Panzer. Ich habe einen feindlichen Panzer. Untertitelung des ZDF, 2020